Hi Leute, ich bin's wieder Sammy und im heutigen Video werden wir jetzt zusammen über Schuhe reden. Ein total banales Thema, etwas was ich bei vielen Frauen anfangs nicht verstanden habe, aber mittlerweile immer mehr verstehe, dass viele Frauen aus den Schuhen, die sie haben, höchstens 15% tragen. Aus dem wurde meine Frage an euch, wie viele Paar Schuhe besitzt ihr? Egal ob das High Heels sind, Pumps oder stinknormale Sneakers, High Top Sneakers, ganz normale Boatschuhs, je nachdem, lasst es mich mal alle in den Kommentaren wissen, hat auch was mit der Verlosung zu tun, die ich am Ende machen werde, denn heute erwartet euch so ein Mischmasch-Video, wo ich euch ein bisschen darüber erzähle, was ich die letzten Wochen so gemacht habe, wieso ich in Los Angeles gewesen bin, weil viele von meinen Twitter-Followern und Facebook-Followern natürlich davon erfahren haben, dass ich dort war, aber nicht genau wussten, wieso und was ich genau dort gemacht habe und wieso es in diesem Video eine Verlosung gibt und ich kann euch dazu nur sagen, ihr solltet euch das Video ganz anschauen, denn es wird genial, es gibt Preise im Wert von hunderten Euro und es wird genial, also für Jungs eine geniale Geschenkidee, dieses Video anzuschauen, für eure Ladies und für alle meine Weibchen-Zuschauern, ihr werdet es hoffentlich sowieso lieben, also viel Spaß beim Video und let's go! Ich wurde mitsamt vieler YouTube-Kollegen aus den USA, darunter DurstelCandy87, Juicystar07, All That Kids 21 und vielen anderen, daneben noch meine Schwester und Maren, eingeladen zum Launch-Event von Avril Lavigne Schuhkollektion Abby Dawn für JustFab, um einfach mal, ja, diese Schuhkollektion kennenzulernen, um einfach mal zu sehen, wie es die Qualität ist, taugen die Schuhe überhaupt was, vor allem weil JustFab auch in Deutschland gelauncht ist und es war definitiv eine interessante Zeit, ich hatte super viel Spaß, nachdem ich, oh, ganzen Haar herum am Fliegen, nachdem ich, ja, überhaupt in Los Angeles angekommen bin und ich zeige euch einfach mal so, was ich da gemacht habe, weil ich so ein bisschen für euch gedreht habe, also viel Spaß bei diesem kleinen Mini-Reise-Video! It's like an invitation, open door, telling me to walk right in you I always liked the way you told me everything and all the time, everything is A-OK Cause we don't go here anymore, oh no Cause we found light on the other shore, oh oh Little dude Another fool Where does the time go, I dunno, I dunno, I dunno Where does the ocean run the wildest, how does the road become the finest with you Tiny! How's the sitio for I'll go Okay. Willst du etwas in die Kamera sagen? Oh, goodness. Hi. Es ist immer das gleiche, wie zu sagen, Hi zu der Kamera. Wir wussten nicht genau, was wir erstmal anziehen sollten, weil wir wollten eigentlich so ein bisschen, ja, ein bisschen farbenfrohere Dinge tragen. Aber dann hieß es, ja, das Event und das gesamte, ja, Dresscode, der Dresscode waren einfach Rockcheek und wir mussten uns da anpassen. Und das haben wir dann gemacht. So sahen wir dann am Ende aus. Und es war richtig genial, einfach mal meine YouTube-Kollegen kennenzulernen, mit ihnen einfach eine coole Zeit zu verbringen, ein bisschen abzutampfen zur coolen Musik. Und Avery Lavinia einfach mal kennenzulernen. Kimora Lee Simmons, die Designerin für JustFab, ist in den USA. Und es ist einfach ein geniales Erlebnis gewesen. Und so sehen die Schuhe jetzt zum Beispiel von Avery Lavinia aus. Ich finde die jetzt persönlich richtig geil. Ich würde es heiß finden, wenn meine Freundin die hier tragen würde. Und gerade jetzt, wo JustFab auch in Deutschland gestartet ist, wird es euch die Möglichkeit geben, ja, auch diese genialen Schuhe für einen günstigen Preis zu bekommen. Und übrigens, die Schuhe werden von den Machern von Marc Jacobs gemacht. Also für alle, die Marc Jacobs kennen, die wissen, dass solche Schuhe meistens 200 Euro und aufwärts kosten. Und auch von den Machern von Aldo und Nine West, das sind sehr, sehr bekannte Schuhehersteller in den USA. Und das Coole an JustFab ist einfach, dass sie diesen günstigen Preis mit dieser hohen Qualität und einem hohen Komfort einfach sich leisten können, weil sie einfach keinen Mittelhändler haben. Das heißt, sie müssen nicht ihre Schuhe erstmal in einen Laden stellen und dann wird es dort verkauft und dann bla 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 bla. Nein, es ist einfach so, dass direkt von der Machern von Marc Jacobs kommt und auf JustFab und seinem Namen JustFab verkauft wird. Das heißt, ihr bekommt super gute Qualität zu einem richtig günstigen Preis. Einfach so als Randinfo nebenbei. Die Seite ist im Aufbau und es wird noch viel, viel besser, um einfach immer ehrlich zu euch zu sein, weil es mir persönlich immer am wichtigsten ist, dass ihr immer wisst, dass ihr von mir immer die ehrliche Meinung bekommt. Wie auch immer, und ich bin jetzt einer der Style-Experten für diese Webseite geworden. Das heißt, wenn ihr euch da anmeldet und ein Style-Quiz macht, das ist kein Abo-Service. Das heißt nicht, dass ihr immer jeden Monat irgendwie 39,95 Euro zahlt. Ihr zahlt nur, wenn ihr etwas kauft oder ihr könnt es auch als Nicht-Mitglied kaufen. Also niemand ist gezwungen, in irgendeiner Weise Mitglied zu werden. Wie auch immer, ich bin jetzt Style-Experte für diese Webseite geworden. Das heißt, ihr werdet jeden Monat von mir auf der Seite justfab.de einen neuen Style sehen. Und mein Style sieht so aus. Ihr seht ihn hier, es ist sehr edgy und sehr hard candy. Madonna inspiriert, sehr stylisch. Und das Coole auch an der Seite ist, vor allem für alle, die auf meinen Geschmack vertrauen, wenn ihr auf die Seite geht, es ist wie so eine neue Community. Ihr geht auf die Seite, schaut ihr zum Beispiel meinen MyPick aus, den ich mir jetzt für diesen Monat ausgesucht habe, oder auch den von meiner Schwester etc. Da könnt ihr direkt drauf gehen und draufklicken und ich stelle euch ja eure Styles zusammen. Das heißt, wenn mir dieses Top von diesem Laden H&M oder Zara gefällt, wird das sofort drauf verlinkt mit Foto und ihr könnt euch dann den zusammengestellten Style anschauen und direkt einkaufen, was, glaube ich, das Online-Shopping-Erlebnis extrem vereinfacht. Und ich finde es einfach nur cool, einfach als Style-Experte einfach euch da zur Seite zu stehen, falls ihr Fragen habt und ja, einfach sie an mich stellen und ich beantworte sie und kann dann richtig genau auf euch drauf eingehen. Was ich halt cool finde, ihr könnt entweder zahlen, ohne Mitglied zu sein oder ihr holt euch die Mitglieder-Vorteile. Da müsst ihr nichts zahlen, keine Anmeldegebühren, jaddi, jaddi, jadda. Ihr bezahlt nur, wenn ihr wirklich einen Schuh kauft. Und wenn ihr euch keine Schuhe kaufen wollt, müsst ihr halt immer wieder bis zum 5. eines neuen Monats einfach sagen, nee, diesen Monat kauft ich keine Schuhe oder ihr meldet euch ab, jaddi, jaddi, jadda. Das ist halt das Coole daran. Ich würde jetzt niemals meinen Zuschauern sagen, macht hier, meldet euch an und dann werdet ihr abgezockt, weil es gibt genug Seiten und ich bin, glaube ich, der Letzte. Ich würde mich abknallen, wenn ich euch sowas ans Herz lege. Aber ich finde die Seite cool und sonst würde ich garantiert kein Experte für diese Seite sein wollen. Wie auch immer, Leute, schaut euch diese Webseite an. Wir kommen jetzt aber noch zur Verlosung, in der ihr mir lediglich als Abonnent von meinem Kanal, was ja natürlich der Hauptgrund ist, wieso ich dieses Video drehe und wieso ich diese Verlosung mache. Müsst ihr natürlich ein Abonnent meines Kanals sein und mir einen Kommentar unten schreiben, wie viele Schuhe oder Paar Schuhe ihr besitzt. Ihr könnt ein Junge sein, könnt ihr mir auch sagen, weil wenn ihr das gewinnt, könnt ihr eure Freundin ein Geschenk der Extraklasse machen. Und Mädchen, wenn ihr gewinnt, ist es auch genial. Ihr schreibt mir einfach einen Kommentar. Ihr könnt 10, 20, 100, 1000 Kommentare schreiben, um einfach zu gewinnen. Es gibt nämlich geniale Preise zu gewinnen. Der erste Platz kriegt nämlich einen 200 Euro Gutschein von mir persönlich signiert für die Seite justfair.de und da könnt ihr einkaufen, bis der Arzt kommt. Der zweite Platz ist einfach ein 100 Euro Gutschein und der dritte Platz ist ein 50 Euro Gutschein. Und dann werde ich natürlich noch meinen Pick für den Monat verlosen. Übrigens, die Schuhe kommen in so einem Schuhkarton. Das ist jetzt mein Pick, der nennt sich Jennifer. Ich zeige euch einfach mal, wie es aussieht. Es kommt mit so einem Staubbeutel. Und das ist jetzt der Schuh von meinem Style in diesem Monat. Das ist ein Schuh, der hat halt diese Spitze super angesagt. Und ich denke auch mit dem offenen, ja, vorderen Teil, sieht es einfach richtig stylisch aus. Und ich denke auch, das ist definitiv ein Must-Have für jede Frau. Also schaut euch einfach mal meinen Pick an und lasst mich mal wissen, wie er euch gefällt. Wie gefällt euch die Konstellation vom Outfit. Und ja, wie gesagt, gebt dem Video dann noch einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass ihr solche Gewinnspiele toll findet. Dass ihr solche Verlosungen einfach cool findet, wo ihr einfach was richtig cooles gewinnen könnt. Und ja, einfach um mir zu sagen, dass euch das Video gefallen hat. Und macht einfach mit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Alle Links findet ihr hier unten. Meldet euch an auf JustFab und werdet Teil einfach von der Community. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sami. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.